Wenn er halb tot ist, und er hat immer geschrieben, ja, mhm, Party und, ja, und ich hab dann auch erfahren, dass die Brüder uns im Dreieck heim sind, und er da immer noch war, ich weiß nicht was, ich weiß nicht alles, egal. Unglaublich, letztes Jahr hat er sich am Jährlichen umschlagen müssen, dieses Jahr, sehr erfolgreiches Jahr, wie gesagt, mit seinem Bruder Thomas zusammen, da trennt es Schwarzwald einen Etappesieg, mehrere Etappe 2, die gesamten Dritter, 2-0 hinter Profiteam, Platz 1, nächste Woche darf er wieder angreifen, ich weiß, er scheint heute läuft vor, und jetzt beginnt das Laufen so langsam wieder, Platz 1, erneuert nach 2009, vom Team Heiko Racing, mit einem Streckrekord 18, 45, mit, oder, Uri Eichmann Weißenetz, und hier, Koffer! Also ich lasse es raus, Typ vor 30, ich hab das Bett hier morgen. So? So?